Hey Leute und herzlich willkommen zurück zum maschinellen Lernen. Heute geht es los mit Bias-Netzen und ja, die sind ziemlich cool in der Praxis auch, ganz gerne benutzt. Und man kann ein schönes Beispiel dazu bringen, deswegen finde ich die ganz besonders toll. Sagen wir mal hier, wir haben, also wir berechnen das nachher alles, wir haben mit Bias, keine Sorge. Aber was wir hier haben, ist die Variable Kinogang, also die Wahrscheinlichkeit, dass ich ins Kino gehe, unter der Bedingung, also abhängig von dem Film-Release F und ob ich Geld habe oder nicht, also groß G. So, und das bedeutet, ich kann jetzt meine Variable Kinogang beschreiben als Abhängigkeit von Film-Release und Geld. Das bedeutet, ich kann hier eine Tabelle ausführen, die habe ich schon mal vorbereitet, weil das immer so eine Primelei ist. Und ich glaube, ihr wollt nicht mir zugucken, wie ich Tabellen bastel, sondern ihr wollt eine Erklärung, was Bias-Netze sind. Okay, das heißt, die Wahrscheinlichkeit, ob ich ins Kino gehe, wenn ein guter Film rausgekommen ist und ich Geld habe, naja, eigentlich gehe ich zu 90% dann ins Kino. Warum zu 90% nur? 0,1% gehe ich nicht. Das liegt zum Beispiel daran, dass ich was Besseres vorhabe oder dass ich da gerade eine Vorlesung habe oder sonst irgendwas und eigentlich keine Zeit habe oder was weiß ich. Deswegen 10% der Zeit gehe ich zum Beispiel nicht. Achtet darauf, dass hier die Summe in der Spalte 1 ist. Das wird immer so bleiben. Genau, die Wahrscheinlichkeit, dass ich ins Kino gehe und ein guter Film rausgekommen ist, aber ich kein Geld habe, die ist von mir aus 40%. Ich kann mir ja von irgendeinem Geld leihen, aber zu 60% wird wahrscheinlich irgendwer sagen, du kannst dir nicht schon wieder was leihen, zahle erstmal zurück, was du mir schuldest. So, dann haben wir hier auch noch die Wahrscheinlichkeit, dass kein guter Film rausgekommen ist, ich aber trotzdem Kohle habe. Naja gut, dann werde ich wahrscheinlich zu, keine Ahnung, 30% der Zeit von meiner Freundin genötigt werden. Oh, guck doch bitte mal wieder einen Film mit mir an. Aber zu 70% der Zeit werde ich sagen, nö du, ich habe keinen Bock. Ja, das passt dann, ist auch wieder eins übrigens beides Mal. Und dann haben wir noch die Wahrscheinlichkeit, dass kein guter Film rausgekommen ist und ich kein Geld habe. Naja, warum sollte ich dann ins Kino gehen? Dann habe ich weder Geld noch Zeit noch Bock. Dann habe ich was Besseres zu tun, das heißt, ich gehe auf keinen Fall ins Kino. Okay, wie wir hier sehen können, die Summe in der Zeile muss nicht immer 1 sein, aber die Summe in der Spalte, die muss immer 1 sein, denn entweder gehe ich ins Kino oder ich gehe nicht ins Kino. Und was anderes gibt es da nicht wirklich. Ich kann nicht einen Fuß reinsetzen und dann doch nicht, ich weiß nicht, geht nicht. Okay, und ja, mit dieser Tabelle kann man jetzt coole Sachen machen. Zum Beispiel kann man die Wahrscheinlichkeit hier, dass ich ins Kino gehe, anders ausdrücken. Also die Wahrscheinlichkeit von Kino kann man ausdrücken als die Wahrscheinlichkeit von Kino gegeben F. Ah, halt, stopp, hier vorne fehlt natürlich noch was. Wir wollen die Wahrscheinlichkeit, dass ein guter Film rauskommt zum Beispiel und ich Geld habe und ins Kino gehe. Okay, das wäre dann umgeschrieben einfach die Wahrscheinlichkeit, dass ein guter Film rauskommt, äh, dass ich ins Kino gehe, gegeben, dass ein guter Film rauskommt und ich Geld habe, mal die Wahrscheinlichkeit, im Prinzip nichts Neues für euch, mal die Wahrscheinlichkeit, dass ich Geld habe, mal die Wahrscheinlichkeit, dass ein guter Film rauskommt. So, das ist jetzt ein relativ triviales Beispiel gewesen, aber die beiden können natürlich auch noch irgendwelche Abhängigkeiten haben. Zum Beispiel kann ein Film Release von den Schauspielern abhängen und mein Geld kann von meinem Job abhängen oder sonst irgendwas. Und, ähm, deswegen gibt es dann hier eben noch weitere Abhängigkeiten. Das heißt, wir müssen hier betrachten, Geld gegeben, ups, gegeben Job oder sowas. Und das wiederum, ja, ihr seht, was ich meine, also im Prinzip die allgemeine Formel ist, ähm, wir haben hier eine gewisse Anzahl an Variablen V, V1, bis hin zu, ups, alla, V, M zum Beispiel. Und das ist die Summe, äh, nicht die Summe, das Produkt, ähm, das Produkt von der Wahrscheinlichkeit, dass Y, ups, alla, Y1, äh, gegeben Komm schon, was ist denn los heute schon wieder? Vorgänger von Y1 Mal die Wahrscheinlichkeit und so weiter und so fort. Ich mache hier jetzt wieder Punkte hin, denn im Prinzip ist es jedes Mal dasselbe. Bis M. So, was steht jetzt also hier? Wenn wir die Wahrscheinlichkeit haben wollen, dass mehrere Variablen auf einmal eintrifft, also zum Beispiel Kinogang plus Filmrelease plus Notgeld, dann nehmen wir hier die erste Variable, gegeben alle direkten Vorgänger von unserem Filmrelease zum Beispiel. Also wenn jetzt V1 unser Filmrelease wäre, wäre die Wahrscheinlichkeit P von Filmrelease gegeben alle direkten Vorgänger, also alle, die direkt über eine Kante miteinander verbunden sind zu diesem Filmrelease. Also aktuell kein einziges, denn wir haben ja hier nichts, was auf Filmrelease drauf zeigt. Mal die Wahrscheinlichkeit, Geld oder das kein Geld, je nachdem welche Richtung, ähm, wobei die auch keine Vorgänger hat, mal die Wahrscheinlichkeit, dass Kinogang gegeben Filmrelease und Geld also das hier 0,9 wäre das. Okay, und so kann man sich dann die Wahrscheinlichkeiten für alles mögliche herleiten, ähm, aber Achtung, wir müssen hier noch eine kleine Einschränkung machen und zum Beispiel hier, das hier wäre durchaus möglich, aber wir dürfen auf keinen Fall irgendwelche Kanten, äh, irgendwelche Zyklen in unserem Graphen drin haben. Das heißt, sowas von Kinogang zum Filmrelease zum Beispiel, das wäre ein Problem, denn dann hätten wir als Filmrelease-Vorgänger hätten wir dann Kinogang und als Kinogang-Vorgänger hätten wir Filmrelease. Das heißt, die würden sich so in der Endlosschleife wiederholen. Deswegen vorsichtig sein, ihr dürft hier keine Schleifen in euren Abhängigkeiten haben, sonst gibt es ein Problem. Okay, ähm, ja, so funktionieren im Prinzip die Bias-Netze. Wir müssen hier jetzt allerdings noch drei Fälle unterteilen, wir haben, ähm, drei Fälle, nämlich zum einen ein bekanntes Netz, also so wie hier, wir wissen, wie die Abhängigkeiten sind und wir können alle Variablen uns angucken. Das heißt, wir können bei allen Variablen sagen, okay, die Wahrscheinlichkeit dafür ist jetzt 0,9, die Wahrscheinlichkeit für das Gegenstück ist 0,1, 0,6 und so weiter und so fort. Dann können wir das so machen, wie wir es hier haben. Das ist dann easy. Aber, was passiert, wenn wir nicht alle Variablen beobachten können? Dann müssen wir die Struktur lernen, äh, nicht die Struktur, da müssen wir diese Wahrscheinlichkeiten hier lernen und das tun wir mit dem EM-Algorithmus, den wir wahrscheinlich nächstes Mal sehen werden und, ähm, was tun wir, wenn die Struktur unbekannt ist, also zum Beispiel, wenn die Abhängigkeiten unbekannt sind, was tun wir, wenn wir nicht wissen, ob Filmrelease von Geld abhängt oder Kinogang von Filmrelease, was tun wir dann? dann können wir einige heuristische Verfahren anwenden, die sind aber sehr kompliziert, mal gucken, ob ich die noch mache. Jetzt geht es erstmal weiter mit dem EM-Algorithmus. Okay, ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao!